Willkommen in der Anstalt, uuuuuh. Bonio, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung und willkommen bei Outlast. Und nicht nur mit mir, sondern auch mit dem Andi. Hallo. Hallo. Salazza. Ist das nicht der von Gronk? Yo, Party! Wupp, 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 wupp. Wuppa Gangnam Style. Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorab, natürlich. Vermutlich eher ein... Weißt du, wo, was? Da. Ein iPad. Oh, 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 oh. Sorry, ich muss aufs Klö. Da hat aber jemand die Periode gehabt. So ein leichten Scientology-Anstrich, das ganze Ding. Ist die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Kapitalistenschweine. Genau, das ist so schlimm, ey. Tom, auf. Oh Gott, ja, ich bin nicht so ak... Oh. Oh, hi, na. Film dir mal. Ich klatsch den, Alter, ich klatsch den. Komm her. Na, Püppchen? Hallo. Die chillen halt hier alle. Oh, hier, ich chatte erst mal eine Runde bei ICQ. I'm in Kelle. Da, wo die Party geht, Party geht, Party geht. Da, wo die Party geht. Okay. Ja, bei 50-50-Entscheidung, muss man dir mal ganz ehrlich zugestehen, da ist ja nicht so die Bombe drin. Also, wenn Kopf oder Zahl, da würde ich mit dem Männchen immer spielen. Wee, 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 wee. Ah, da, hallo, na, du netter Mensch. Ne, 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 ne. Den kam Frau, Frau Geludo, wie ich meine Hirne falten kann. Was macht denn da? Hey, guck mal, der war ja schon mal tätig. Ich wusste es so sehr, du bist gestalt. Oh Gott. Ja. Oh. Okay. Oh. Ich bin einfach nur vorgelaufen. Oh Gott. Halt auch einfach vor. Oh. Oh. Ich wusste es, ich wusste es so sehr, du bist gestalt. Okay. Okay, auch jedes Mal. Nein, ist die andere Frage. Oh Gott. Naus hast du unter den Betten verstecken jetzt, ne? Oh Gott, Alter. Halbtot. Oh Gott. Hallo. Ich will. Ah. Ach du Scheiße. Ah. Oh. Alter, verdammt. Oh. Weißt du, was passiert jetzt? Oh. Oh. What? Scheiße, ich bin erschrocken. Vielleicht war das irgendwie so die Wohnung von irgendeinem Abdachlosen vor einer Weile. Und Runde. Zack, 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 zack. Karatekicks, Karatekicks, okay, keine Karatenkicks. Der, der mag uns nicht, okay, der mag uns nicht. Ja, gut, das ist zu dumm, wir finden uns nicht. Ja, kannst du nicht machen. Scheiß, Rick. Scheiße. Schlipfrig. So Schlipfrig, ja. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Ich dachte, da wäre mehr drauf, da könnte ich mich entspannen. Merkow Corporation. Zu wenig. Wo kommt der Strom her? Weiß ich nicht. Ohne Flax. Das stimmt. Magnetische Felder. Der kommt da nicht durch. Der kommt da nicht durch. Nein! Ich will nicht sein, dass er das erste Mal gestorben ist. Ich war nicht, dass er das erste Mal gestorben ist. Ja. Oh. Was denn? Lass mich doch mal in der Zeit Spaß haben. Also, ja, okay. Also, nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Universums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Oh nein, wieder, wenn wir immer dazwischen stecken, das kann nicht sein. Ich bin so angespannt gerade. Oh, das ist so eklavig. Ich schwitze richtig. Oh, das sind wieder so. Nein! Das ist eine gute Idee. So lange geht da der Waffel. Oh mein Gott, bin ich glücklich. Oh, Willi. So, denn als Biene kann mir nichts passieren. So, Amaya fliegt zurück zum Spiel. Do the Asian-Style-looking so you don't see much. Aha, da macht jemand gerade einen Freischwimmer. Wir werden runtergezogen, hundertprozentig. Nein, guck mal, da guckt er ja schon. Hat schon reingelookt. Hallo! Hallo! Die Biene kommt jetzt. Projekt Wallrider Caps Lock. Caps Lock. Muss ich wirklich immer die Leiter runtergehen? Können wir nicht einmal... YOLO. Ein bisschen spannender. Wir machen einfach Disco. Disco. Neonlicht. Ding, ding, ding. Ding, ding. Hört doch nicht so aus, Andi, ey. Nein. Passt. Andi ist schon ziemlich erschüttert. Ich sehe ja die Windel. B***i, ne? Ja, taug mal. Ja, wieder einer Riegel ins Klo geschissen gerade. Oh, nicht ein Dampfer. Oh, nicht ein Dampfer abgelegt, ey. B***i, nein. Hahahaha. Ich glaube, da wäre schon ein Bessler, wäre scheier Bessler. Hush, 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 hush. Okay, okay, okay. Ich höre einen Ton, der mir nicht gefällt. Und zwar der vom Kontra-Vastri-Chinesen. Warnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich bin ein richtiges Kapitalistenschwein. Für mein Geld, Alter, jetzt sind wir nur so ein dreckiger Zuhälter. I want my money. Where's my money? Nein, für nicht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, falls euch das auch Spaß gemacht hat. Spaß. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Da und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. 19 Uhr, gleiche Zeit, gleicher Ort. Jetzt können wir so winken. Und ich hoffe, dass dieses Spiel bald vorbei ist. Tschüss, bis dann.